Wie kannst du mir beweisen, dass du etwas wirklich weißt oder nur zu glauben scheinst? Etwas zu wissen oder etwas zu glauben sind nämlich zwei unterschiedliche Dinge und sie auseinanderzuhalten ist alles andere als leicht. Aber es gibt einige Techniken, die uns dabei helfen werden, dieses Problem zu lösen und damit herzlich willkommen auf Mindset. Seit dem Zeitpunkt, als Menschen sich verstärkt kognitiv mit ihrer Umwelt auseinandersetzten, begannen sie sich Fragen über ihr eigenes Sein zu stellen. Noch heute wird dieses Streben nach Antworten mit dem Begriff der Philosophie beschrieben. Diese Liebe zur Weisheit befriedigt ein tiefgreifendes Bedürfnis nach Wissen und Wahrheit. Einer dieser von Immanuel Kant formulierten fundamentalen Fragen der Philosophie lautet Was kann ich wissen? Diese Frage ist ein Teil der sogenannten Erkenntnistheorie, ein Hauptgebiet der Philosophie, das die Frage nach den Voraussetzungen für Erkenntnis und dem Zustandekommen von Wissen umfasst. Der Ausdruck etwas zu wissen oder das Wort Wissen findet sich in jeder Sprache der Welt wieder, was ansonsten nur bei rund 100 Begriffen der Fall ist. Es scheint sich also um etwas Universelles zu handeln, das darüber hinaus ganz charakteristisch für das menschliche Weltverständnis zu sein scheint. Lange Zeit waren Philosophen der Ansicht, der Mensch habe durch seine superiöre Stellung im Tierreich und aufgrund seiner geistigen Leistungsfähigkeit das Potenzial, nur durch genug Nachdenken die Wahrheit zu erkennen. Diese Annahme fing nach und nach zu bröckeln an, obwohl schon Sokrates früher kannte, wie begrenzt seine Fähigkeit zur Wahrheitsfindung sei, indem er den berühmten Satz zum Ausdruck brachte, Ich weiß, dass ich nichts weiß. Diese Aussage ist somit eine der ersten skeptischen Aussagen über den Wahrheitsgehalt menschlichen Wissens, obwohl Sokrates es als wahr ansah, dass sein Wissen limitiert sei. Doch auch diese Auffassung sollte eines Tages angezweifelt werden und somit hielt sich Sokrates Skepsis noch in Grenzen. Machen wir hierzu ein kleines Gedankenexperiment. Du schaust gerade dieses Video. Ist das etwas, das du wirklich weißt? Bevor du antwortest, hier eine weitere Frage. Glaubst du, dass es möglich ist, dass jemand das Erlebnis ein Video zu schauen träumen kann, obwohl diese Person in Wirklichkeit im Bett liegt? Kannst du es beweisen, dass du nicht gerade träumst und tatsächlich wach bist? Wenn du jetzt langsam anfängst, verwirrt zu werden und nicht mehr ganz sicher bist, was du denn jetzt tatsächlich wissen kannst, dann kommst du in ein gedankliches Gebiet, in das vor dir bereits viele Philosophen und insbesondere die sogenannten Skeptiker vorgedrungen sind. Für Erasmus von Rotterdam war ein Skeptiker kein Zweifler. Er schrieb um die Wende vom 15. zum 16. Jahrhundert, Logisch argumentativ wird der skeptische Widerspruch folgendermaßen formuliert. Zum Beweis einer Hypothese müsse stets Unbewiesenes vorausgesetzt werden. Auch diese Voraussetzung müsse beweisbar sein. So komme man zu einer unendlichen Kette von Beweisen und außerdem gäbe es zu jeder Behauptung mindestens eine gegenteilige Behauptung, die mit ebenso einleuchtenden Argumenten vertreten werden könne. Damit sei alles Wissen der Dogmatiker als Scheinwissen zu entlarven. Somit fällt auch bereits der Begriff des sogenannten Dogmatismus, welcher die Gegenseite des Skeptizismus darstellt. Dogmatiker behaupten, beweisbare, richtige Aussagen über eine objektive Wirklichkeit machen zu können. Der Dialog zwischen Skeptikern und Dogmatikern zog sich durch die gesamte Antike. Die Skeptiker gingen davon aus, dass die menschliche Sinneswahrnehmung zwar die einzige philosophisch akzeptable Sachlichkeit ermögliche, unsere Sinne jedoch kein getreues Abbild der Welt lieferten. Die antike Skepsis wird in zwei Hauptrichtungen eingeteilt. Die pyronische Skepsis, deren Begründer Pyron von Elis war, und die akademische Skepsis, die in der platonischen Akademie vertreten wurde. Die Begründer der akademischen Skepsis gingen davon aus, dass weder Denken noch Wahrnehmung zu Gewissheit führe, weil es kein Kriterium für Wahrheit gäbe. Die akademische Skepsis sagt somit, Wissen ist unmöglich. Die pyronische Skepsis geht noch einen Schritt weiter und sagt, Wissen ist nicht möglich und selbst über den Wahrheitsgehalt dieser Aussage lässt sich nichts wissen. Wenn wir uns noch einmal an Sokrates Aussage, ich weiß, dass ich nichts weiß erinnern, dann müsste seine Aussage um die Worte, und selbst das weiß ich nicht, erweitert werden, um in die pyronische Skepsis zu fallen. Einer der berühmtesten Skeptiker aller Zeiten war David Hume. Der Philosoph und Historiker beschrieb den Skeptizismus systematisch. In seiner Schrift, An Enquiry Concerning Human Understanding, eine Untersuchung über den menschlichen Verstand, legte Hume, anders als John Locke, dar, dass alle Vorstellungen des Menschen auf sinnlichen Wahrnehmungen beruhen und alles Erkennen nur in Verknüpfung dieser Vorstellungen bestehe, von denen der Mensch nicht wissen könne, ob ihnen in der Wirklichkeit etwas entspreche. René Descartes und die sogenannten Cartesianer brauchen nämlich für ihren Weg aus dem Zweifel eine Kette von Schlussfolgerungen, die sich auf ein ursprüngliches Prinzip zurückzuführen lassen, das jeden weiteren Zweifel ausschließe. Dieses Prinzip sei dem Menschen aber nicht zugänglich und daher sei Zweifel so nicht aufhebbar. Im Unterschied zum weit verbreiteten Urteil religiöser und streng metaphysischer Philosophen kenne er allerdings niemanden, der handle, ohne dabei irgendwelche Überlegungen anzustellen bzw. Prinzipien umzusetzen. Er gehe deshalb davon aus, dass es radikale Skeptiker überhaupt nicht gäbe. Und genau darin liegt der Grund für das heutige Video. Der pyronische Skeptizismus führt nämlich in eine sehr unangenehme Zwangslage und zu einem großen Problem. Denn wie soll man leben, wenn alles falsch sein könnte und man nicht weiß, was als gegeben angesehen werden kann? Auch David Hume hatte mit diesem Problem zu kämpfen, denn er sagte, Er erkannte somit, dass der Skeptizismus eine lebensunfähige Philosophie sei. Obwohl ein Pyronia sich selbst und andere durch seine tiefgründigen Überlegungen in ein kurzes Erstaunen und Verwirrung stürzen kann, das erste und trivialste Ereignis im Leben wird alle seine Zweifel und Skrupel in die Flucht schlagen und ihn in jedem Fall in genau der gleichen Weise zurücklassen wie Philosophen anderer Strömungen auch. Kurz gesagt bedeutet das, dass Hume vielleicht von seinem Skeptizismus überzeugt gewesen sein mag, Er musste sich aber auch eingestehen, dass er im Alltag alles andere als skeptisch leben könne, sondern sich auf seinen gesunden Menschenverstand verlassen müsse. Um dieser Problematik entgegenzuwirken, empfiehlt er folgendes. Sei ein Philosoph, aber sei trotz all deiner Philosophie immer noch ein Mann. Diese Ansicht kann als eine frühe Form des sogenannten Pragmatismus angesehen werden, der sich gegen die Idee ausspricht, nach absoluten Wahrheiten über die Realität und ihren Inhalt zu suchen und dafür plädiert, einfach auf eine Weise zu leben, die praktisch und sinnvoll funktioniert. Dieser Ansatz hat einige Vorteile, aber es ist wichtig anzumerken, dass Hume immer noch das Konzeptuelle und das Philosophische schätzte. Er wusste nur, wann und wo er die Grenzen ziehen musste. Am Ende des Tages müssen wir uns alle mit einer Welt vor uns auseinandersetzen, die Aufmerksamkeit erfordert, welche über die Konzepte und Ideen hinausgeht, über die wir uns sonst so Gedanken machen. Die Philosophie mag uns einen Einblick geben, wie wir am besten denken können und sogar einen Einblick in die Art des Lebens, das bevorzugt werden kann, aber das tägliche Geschäft des Lebens geht über die bloße Philosophie hinaus. Wurde der Skeptizismus widerlegt? Der Skeptizismus wurde nie widerlegt, aber es gibt einige Versuche, diese Theorie anzugreifen, vor allem, weil sie so kontrovers ist und im Extremfall die komplette Philosophie untergraben würde. Diese Ansätze aber jetzt hier an dieser Stelle zu diskutieren, würde den Rahmen springen und somit kommen wir nun dazu, was wir trotzdem vom Skeptizismus lernen können. Radikaler Skeptizismus ist eine lebensunfähige Philosophie, das heißt man kann sie nicht praktisch in sein Leben implementieren, wie auch wenn man nicht weiß, was man wissen kann. Ohne Annahmen zu leben ist unmöglich. Dennoch, wir können einiges vom Skeptizismus lernen. Erstens, Offenheit. Das mag nicht gerade intuitiv klingen, weil sollten wir nicht skeptischer gegenüber den Meinungen anderer sein? Ja, sollten wir. Aber zur gleichen Zeit sollten wir auch skeptischer gegenüber unserer eigenen Einstellung sein. Manchmal haben wir sehr logische und überzeugende Argumente, weshalb wir eine bestimmte Meinung gegenüber etwas haben. Manchmal aber auch nicht und genau dann lohnt es sich, die eigenen Einstellungen skeptisch zu hinterfragen. Zweitens, Einfühlungsvermögen und Mitgefühl. Auch wenn du eine rational denkende und kluge Person bist, heißt das noch lange nicht, dass du besser bist als andere, weniger intelligente Personen. Immerhin können diese Personen von ihrer Richtigkeit genauso überzeugt sein, wie du es bist. Anstatt diese Personen blind zu attackieren, solltest du diese Menschen zwar mit Argumenten überzeugen, aber das mit Respekt und Geduld tun. Und drittens, wir können von den Skeptikern lernen, seltener dogmatische Sprache zu wählen. Zum Beispiel, ich weiß zu 100% dass XY genauso ist, wie ich es sehe. Es ist nicht nur so, dass wir oft falsch liegen, sondern manche Dinge gar nicht zu 100% wissen können. Natürlich meinen wir das manchmal gar nicht so, wie wir es sagen, aber eine gewisse Bodenständigkeit dem eigenen Wissensstand gegenüber schadet nicht, denn Dogmatismus kann viele Probleme mit sich bringen. So wie es Bertrand Russell sagt, das Ärgerlichste in der Welt ist, dass die Dummen todsicher sind und die Intelligenten voller Zweifel sind. Und Nummer 4, eine goldene Regel. Beginne niemals eine Diskussion ohne eine volle Bereitschaft, deine jetzige Einstellung über Bord zu werfen und zu ändern und die deines Diskussionspartners anzunehmen. Wenn wir nicht bereit sind, unsere Meinung zu ändern, dann diskutieren wir nicht, um Ignoranz zu minimieren oder unsere Argumente zu stärken, sondern einzig und allein, um unser Ego zu stärken. Diese vier Dinge, die wir von den Skeptikern lernen können, sind allerdings, wenn man genauer hinsieht, auch nur eine philosophische Einstellung. Zur Frage, wie man denn am besten leben solle. Aber, wie wir ja gerade gelernt haben, kann man ohne Annahmen und Einstellungen gar nicht leben. Und da man das nicht kann, ist es durchaus angebracht, diese vier Dinge in sein Leben zu implementieren, um besser und erfüllter zu leben. Somit wisst ihr nun, was es mit dem Skeptizismus auf sich hat, warum seine extreme Form nicht praktizierbar ist und welche philosophische Haltung wir dem Skeptizismus gegenüber einnehmen können. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Wenn du die nächsten Videos nicht verpassen willst, dann abonnier doch einfach den Kanal. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Dankeschön.